Es sprießen immerfort die sanften Toten Aus Blume, Baum, Gebüsch und Wald, Bald meinen Schatten wirft ein Fliederbaum. Wer es kennt, wird es nicht überhören, Wanderers Nachtlied von Goethe. Über allen Gipfeln ist Ruh, In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch, Die Vögelein schweigen im Walde, Warte nur, Balde, ruhest du auch. Bei Goethe kommt der Gedanke an den Tod für den Leser überraschend, Mayröcker kommt sofort auf die Toten zu sprechen. Es sprießen immerfort die sanften Toten Aus Blume, Baum, Gebüsch und Wald. Ein bisschen Paradox. Es sprießen nicht etwa die Blumen, Bäume und Büsche aus den Toten, die doch die Erde, wie es bei Rilke heißt, mit ihrem freien Marke Durchmerken, sondern umgekehrt die Toten selber aus dem, was da wächst, weil sie doch darin gewissermaßen leben. Der merkwürdige Schrägstrich nach Wald, wie man ihn normalerweise macht, wenn man ein Gedicht zitierend die Versgrenzen anzeigen will, Ohne einen Zeilenumbruch einzufügen, bringt die göthischen Reimwörter Wald, Wald einander besonders nah Und stellt damit die Beziehung zum Goethe-Gedicht überdeutlich her. Bald meinen Schatten wirft ein Fliederbaum. Sehr poetisch. Sie wirft als Tote nicht mehr selbst den Schatten, sondern der Fliederbaum ist es, der es für sie übernimmt. Man weiß übrigens nichts von einer biografischen Bedeutung des Datums in der Überschrift. Wir wissen immerhin nun genauer, daß Friederike Mayröcker noch weitere 33 Jahre vergönnt waren, ehe sie nun nach fast 97 Lebensjahren vielleicht ihr Versprechen wahr macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020